Oh mein Gott. Achtung. Oben halt den Scheiß. Los, halt die Scheiße. 19, eine noch. Wir trainieren aber erst seit 15 Minuten. Sieht aber schon aus wie nach einer Stunde. Kellen, alles gut? Na klar. Na klar. Und noch einen. Noch einen lässt er. Die warten, dann stehen wir auf die Fußspitzen. Oh mein Gott. Kinderspiel. Kinderspiel, okay. Achtung. Achtung. Noch zwei, komm. Noch zwei. Und noch eine. Geht noch. Gut. Weiter. Eine geht noch. Die letzte noch. Auf, auf, auf. Hopp. Gut. Jetzt die andere Seite. Eins, neun. Noch eine. Und die letzte. Und Atmung nicht vergessen. Komm, Atmung. Und raus. Gut. Ach, Schmerzen. So meine Damen und Herren, hier ist der Calvin. Andreas, was ist denn los? Gerade mal angefangen. Ich hab die 17. schon. Ja, ja, die 17. schon. Jawohl, gib Gas. Pornoblick, jawohl. So, wir machen hier mehrere Sätze. Ab zum nächsten. Darfst du gerne sagen, was wir hier machen? Scheinsätze. Scheinsätze. Konzentrier dich, Andreas. Fokus. Konzentrier dich auf dein Trizeps, dass man spürt. Ja, da geht was. Oh, fuck, sind die schwer. Na, das hast du dir jetzt rausgesucht. Warte, den Anfang der nächsten nehmen wir noch mit drauf. So, der letzte Satz. So, ich drehe meinen Spieß mal um. Calvin, du bist dran. Boah, meine Arme. Sehr schön. Schön, strecken nach unten. Anspannen. Zack. Stopp. Strecken. Atmung nicht vergessen. Noch drei. Ein. Durchstrecken, komm. Durchstrecken, Brust raus. Noch zwei. Ah, eine geht noch. Ah. Ah. Oh Gott, sind wir schon jetzt. Ah. Gut. Nächste. Die Pause ist so lang, was du da machst. Strecken. Und Arme nach oben. Strecken. Eins. Zwei. Jetzt kann ich mal. Muschi-Training, oder? Ja. Geht noch was. Auf geht's. Hopp. Ah. Und nimm die Kleineren. Hopp. Was ist los? War's das? Ich hab viermal so viel wiederholen gemacht wie du. Auf geht's. Strecken. Und durchstrecken. Rücken gerade. Po raus. Wie bei der Bundeswehr. Komm. Such die Seife. Los. Weiter. 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 Geht doch, oder? Weiter. Tja. Ah. Aua. Aua. Front Hold. Und heben. Giant Sucks. Front heben. Danach geht's weiter mit Seite heben. Alles noch gut? Gut. Und. Seite heben. Acht. Und weiter. Komm. Hopp. Neun. Bis zwölf. Komm. Auf geht's. Komm. Zehn. Hopp. Zehn. Hopp. Noch zwei. Komm. Elf. Noch eine. Und zwölf. Gut. Und vorgewolltes. Auf, auf, auf. Weiter. Mensch, das war's. Yes, Dieter. Oder das. Nein, nein. Runter mit dem Oberkörper. Yes, unten bleiben. Genau. Und anhalten. Und raus. Oh, raus. Yes. Genau. Und weiter. Top. Wo bist du? Acht. Und mach die Zehen voll. Gut. Alles gut? Geht doch. Machen wir noch was? Noch ein bisschen Rücken? Rücken, ne? Nein. Noch ein bisschen Rücken? Nein. Nicht abhauen. Komm, bleib hier. Rücken machen wir definitiv nicht. Meinen Rücken? Brust können wir nochmal. Brust pumpen. Was schönes. Braun gebannt. 105 Kilo Handelbank. Klimmzüge können wir machen. Klimmzüge können wir machen. Na, noch ein Front Hold Battle. Scheibe heben. Doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Vergiss es. Du machst 10 Kilo, ich mach 20, ok? Hallo. Ich mach vielleicht 3 Kilo. 5 DC machen wir. Ich mach 20. So. Andreas, ich sag dir jetzt 1, ja. In 5 Jahren halte ich die dämliche Kamera und du stehst da und ich hab die 20 Kilo und du die 10 Kilo. Wenn du 60 bist, dann ist das. Und ich mach dann die 20. Und jetzt zur Waagerechten bitte. 1, 2, 3. Und so halten, so bleiben. 10 Kilo, Front Hold. Okay. Sekunden laufen. Und die Sekunden laufen. Schön gleichmäßig atmen. Schön oben halten. Ey, du fängst jetzt schon an zu zittern. Das gab mal 10 Sekunden. Der Sekundenzeiger geht halt ganz langsam. Ganz langsam. Da geht ganz langsam. Los. Halt das Ding. So, ein bisschen höher. Komm, komm, komm. Schlapp machen hier. Los. Schön halten. Ah, komm. Mach mal ein schönes Gesicht, komm. Halten. Los. Oben halten den Scheiß. Oben halten den Scheiß. Los. Halt die Scheiße. Komm. Hopp. Halt es dich oben. Halt. Noch ein bisschen halten. Komm. Noch ein bisschen. So, Leute. Front Hold. Ich hab das gerade hinter mir mit 10 Kilo. Der Andreas hat sich jetzt eine Scheibe geholt. Kennt ihr die Scheiben, wo 20 Kilo draufsteht, aber es nur 10 sind? Los, Anstab. Kamera läuft, ich kann das Handy nicht mehr so lange halten. Der ist schon ein Biest, gell? Also warum ich mit dem Handy so zitter, ist, weil ich die 10 Kilo gerade mal 30, 40 Sekunden gehalten habe. Meine Hand, Alter. Ich kann nicht mehr halten. Der hält die 20 Kilo länger, wie ich das Handy. Jawohl, beißt noch. Kamera läuft. Acht Sekunden noch. Acht Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Eine Minute. Jawohl. Leute, ich kann das Handy nicht mehr halten, sorry. Einmal Mädchen-Glümzüge bitte. Wie machst du sie? Außen? Genau. Vorher hätte ich schon gern 15, aber... Dann mach 15, mach 15. Okay. Los, 15. Ja. Neun, zehn, jetzt noch fünf. Komm, die fünf schaffst du auch noch. Eins, zwei, drei, los, zieh! Äh, 15. Okay. Aber ich komme hier nicht so hoch wie du. Ja, ja, guck mal, der Alter. Männer-Glümzüge. Eins, zwei. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Der leibert noch mit sich selbst. Ich sage euch, das ist so schwer. Mach einfach. Mach einen. Einen noch. Komm. Super. Ja, nach zwei Stunden Training. Wie geht es weiter? Jetzt machen wir noch ein paar Liegestütze am Ende. Ähm, habe ich von MMA-Videos abgeschaut und in die Superman-Liegestütze. Und dann machen wir jetzt mal 20. Wie viel? 20. Oh, jetzt weiß ich, was jetzt passiert. Habe ich noch nie gemacht. Also komm. Oh fuck. Eins, zwei, siebzehn und zwanzig. Oh fuck. Los. Eins, vorne runter. Zwei. Genau. Genau so. Oh fuck. Oh fuck. Was ist denn das? Saft. Siebze. Jawohl. Wie lange? Vier. Oh vier. Das kann man im Leben nicht sein. Zwölf. Dreizehn. Hoch. Geil. So sehe ich ihn gerne. Boah. Den Scheiß machst du jeden Morgen, oder? Fuck. Hup. Auf geht's. Und. Ah. Ne, 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 ne. Das ist schon übel. Vorsicht, alter Mann. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. Team im Haus. Bis zum nächsten Mal.